Die Nipkow-Scheibe ist die Grundlage des von Paul Nipkow erfundenen und so bezeichneten elektrischen Teleskops. Das Patent mit der Nummer 30105 wurde am 15. Januar 1885 vom Kaiserlichen Patentamt publiziert und rückwirkend auf den 6. Januar 1884 datiert. Die von Paul Nipkow vorgeschlagene Spiralloch-Scheibe hatte 24 Löcher, die ein Bild mit 24 Zeilen schreiben sollte. Mit ihrer Hilfe konnte es Bilder in hell-dunkel Signale zerlegen und wieder zusammensetzen. Die rotierende Scheibe wandert dazu zeilenweise am Bild bzw. der Projektionsfläche vorbei. Technik Funktionsweise die Löcher der Nipkow-Scheibe sind entlang konzentrischer Kreise angebracht. Die einzelnen Löcher tasten somit von außen nach innen jeweils eine Lochbreite ab. Damit immer nur ein Loch innerhalb des interessanten Ausschnittes ist, darf sich in einem Kreissegment jeweils nur ein Loch befinden. Mit anderen Worten, die Scheibe ist in so viele Kreissegmente eingeteilt, wie sie Zeilen abtasten muss. Durch diese Vorgehensweise wird das Bild sequentiell abgetastet. Mit einer Nipkow-Scheibe erzeugte Bilder erkennt man infolgedessen an den leichtbogenförmigen Zeilen. Verwendung bei hohen Auflösungen 1928 gelang es John Logibert in England das erste Mal, mit der Nipkow-Scheibe und RGB-Farbfiltern ein 30-zeiliges Farbbild zu übertragen. Mit zunehmender Zeilenzahl erwies sich die Nipkow-Scheibe als immer unbrauchbarer, wie die folgende Überlegung zeigt. Für eine Bildauflösung von 600 Zeilen benötigte man ein Fenster von wenigstens 18 mm Höhe und 24 mm Breite. Daraus ergab sich ein Lochdurchmesser von 18 mm, 600 ist gleich 30 µm. Wobei die kleinsten tatsächlich in Nipkow-Scheiben verwendeten Durchmesser bei 40 µm lagen. Aus der 24 mm Fensterbreite resultierte nun ein Scheibendurchmesser von Pi ist gleich 4,55 m. Nun war es nicht tragbar, eine solche Scheibe mit einer Frequenz von 50 oder auch nur 25 rotieren zu lassen. Um dennoch eine Scheibe verwenden zu können, musste man mehrere Lochreihen anbringen und die Scheibe pro Bild mehrfach rotieren lassen. Wobei die gerade nicht benötigten Löcher eine zusätzliche Einrichtung abdeckte, etwa eine weitere Scheibe mit passenden Aussparungen. So konnte man auf einen praktikablen Durchmesser von etwa 50 cm kommen. Dann rotierte die Scheibe allerdings mit 10.000, was wiederum eine Umdrehungsgeschwindigkeit in Höhe der Schallgeschwindigkeit zur Folge hatte und deswegen nur im Vakuum möglich war. Die mechanischen Schwierigkeiten waren zudem noch die geringeren. Das eigentliche Problem lag in der extrem geringen Lichtausbeute. Es ließ sich errechnen, dass selbst bei Studioaufnahmen mit einer Beleuchtung von 70.000 Lux nur eine Leuchtdichte erwartet werden durfte, die um vier Größenordnungen unter jener beim chemischen Film lag. 70.000 Lux, der im Freien maximal vorkommende Wert, war dabei für eine dauerhafte Studiobeleuchtung bei weitem nicht mehr praktikabel. So erreichte die mechanische Abtastung schon im Jahre 1939 mit 441 Seilen ihre technische Grenze und dies mit einem bereits sehr großen Aufwand. Die höheren Zeilenzahlen in den 1940er Jahren konnten nur noch durch eine rein elektronische Abtastung erreicht werden. Die niedrige Auflösung hatte jedoch den Vorteil, dass sie auch nur eine niedrige Bandbreite benötigte. Fernsehbilder konnten sogar über Mittel- oder Kurzwelle ausgestrahlt werden. Im Amateurfunk konnte daher mechanisches Fernsehen überwiegend aufgrund der Einfachheit realisiert mit Nipkopfscheiben. In der Form von Neobandwith-Television als Nischenanwendung überleben, verbesserte Nipkopfscheiben. Bei der Fernsehaufnahme. Schon sehr früh versuchte man, die technischen Grenzen der Nipkopfscheibe zu umgehen. John Logisbert baute schon 1927 eine Nipkopfscheibe, bei der die Löcher gegen deutlich größere Linsen getauscht wurden, um so eine größere Lichtausbeute zu erzielen. Da diese Bauform besonders beim Empfänger das Gerät stark verteuert, außerdem die Neonlampen besser und stärker wurden, war diese Bauform nur selten anzutreffen. Versuche, statt einer Scheibe ein Entlosband zu verwenden, wurden aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung des Bandes schnell verworfen. Für hörauflösendes Fernsehen wurden auf der Nipkopfscheibe mehrere Lochreihen angebracht. Gleichzeitig rotierte eine Blende mit der Nipkopfscheibe, sodass immer nur ein Loch gleichzeitig frei war. Auf diese Weise konnte die Scheibe wesentlich kleiner gebaut werden. Da entsprechend die Umdrehungszahl gesteigert werden musste, befand sich die Nipkopfscheibe in einem Vakuumbehälter. Bei der Filmabtastung. Ab 1938 wurden speziell zur Filmabtastung sogenannte Lochkränze oder auch Linsenkränze eingesetzt. Dies sind von der Funktionsweise auch Nipkopfscheiben, aber mit dem Unterschied, dass der Abtaster trommelförmig war und die Löcher in die Seite eingestanzt wurden. Hierdurch entfällt die typische Krümmung der mit einer Nipkopfscheibe erzeugten Bildzeilen. Gleichzeitig kam man mit sehr wenigen Löchern aus, die zudem nur auf einer Ebene angebracht waren. Der Kinofilm wurde nicht ruckartig wie in einem Kinoprojektor, sondern flüssig vor dem Lochkranz bewegt. So dass auf diese Weise das Bild zeilenweise abgetastet wurde. Auf diese Weise konnten sogar noch Filme in der damaligen Norm mit 441 Zeilen abgetastet werden. Verbreitung Für geringe Auflösung Zwischen 1928 und 1935 gab es insbesondere in den USA und Großbritannien fertige Geräte und sogar Bausätze zu kaufen. Der populäre Televisor mit einer Auflösung von 30 Zeilen von Bert kostete 1932 in Großbritannien beispielsweise 27 Pfund. In Deutschland wurde um 1930 ein Bausatz für rund 30 Reichsmark vertrieben. Bei mehr als 60 Zeilen waren damals jedoch die technischen Grenzen erreicht, wo Empfänger unverhältnismäßig teuer wurden. Die Bildqualität bei nur 30 Zeilen reicht jedoch nur für die Übertragung von Porträts, außerdem flimmerten die Bilder bei zunächst nur 12. Fünf Bildern erheblich, so dass ein kommerzieller Erfolg versagt blieb. Bis zum Jahre 1938 wurden in den Fernsehstationen gelegentlich noch Nipkopf-Scheiben verwendet. In der deutschen Fernsehnorm mit 180 Zeilen und in den Fernsehsprechzellen wurden sogar Kameras mit Nipkopf-Scheiben eingesetzt. Für die Filmabtastung wurden Nipkopf-Scheiben sogar noch später eingesetzt. Auch im hochauflösenden Fernsehen mit 441 Zeilen wurden Nipkopf-Scheiben bis in die 1940er Jahre eingesetzt, für höhere Auflösung. Mit schnell rotierenden Scheiben im Vakuum konnten Bilder bis zu 441 Zeilen abgetastet werden. Eingesetzt wurden sie von der Reichspost und vom Fernsehsender Paul Nipkopf. Alternative mechanische Verfahren Neben der Nipkopf-Scheibe gab es noch zahlreiche ähnlich arbeitende Verfahren. Das Weiler Spiegelrad besaß Spiegel anstatt Löcher, es ermöglichte einen Lichtstrahl zeilenweise abzulenken. Hierfür ist ein dunkles Studio erforderlich, in dem eine Kamera ohne Ablenkeinheit arbeitet. Die Bildpunktzerlegung geschieht dadurch, dass der Lichtstrahl die Szene nacheinander abtastet und so für die Bildzerlegung sorgt. Umgekehrt funktioniert der Linsenkranzabtaster, hier sind an dem Rad Linsen anstatt Spiegel angebracht. Die für eine Bildzerlegung in der Kamera sorgen, dieses Verfahren erfordert allerdings eine enorme Präzision. Vollkommen anders funktioniert die Spiegelschraube, wo in einer Helix angeordnete Spiegel das Licht einer Lichtquelle reflektieren. Und so beim Betrachter den Eindruck eines Bildes ergeben. Dieses System wurde in den Jahren 1930 bis 1935 von der Firma Tecade bis zu einer Auflösung von 180 Seilen eingesetzt. Sehr viel einfacher war das ebenfalls von Bert entwickelte System der Spiegeltrommel. Auf einer schnell rotierenden Trommel wird für jede Zeile ein Spiegel angebracht. Jeder Spiegel ist leicht versetzt, sodass das Bild zeilenmäßig abgetastet wird. Diese Abtastung ist zwar sehr viel lichtstärker, sodass auch größere Bilder realisierbar waren. Allerdings ist die maximale Auflösung ebenfalls beschränkt auf niedrigzeiliges Fernsehen. Verbessert wurde das System durch die Firma Scorphone aus England, welche zwei Spiegeltrommeln gegeneinander laufen ließ, eine für die horizontale, eine für die vertikale Ablenkung. Mit diesem System wurden Auflösungen bis zu 405 Zeilen angeblich im Versuchsbetrieb in den USA bis zu 525 Zeilen erreicht. Diese Geräte erreichten zu einer um 1939 unerreichte Bildqualität, Helligkeit und Größe. Allerdings waren die Empfänger um ein Vielfaches teurer als ein Fernseher mit Kathodenstrahlröhre. Im Krieg wurde die Entwicklung eingestellt und nach Kriegsende nicht wieder aufgegriffen. Ende der optisch-mechanischen Ablenkung Bereits 1906 gelang es Max Siegmann, ein Fernsehbild mithilfe einer Braunschelröhre darzustellen. Zur Bilderzeugung wurde allerdings eine Nippkopf-Scheibe eingesetzt. Auf der Funkausstellung 1931 stellte Manfred von Aden ein voll elektronisch arbeitendes Fernsehsystem mit vor. Die Wiedergabe ermöglichte eine Hochvakuum-Kathodenstrahlröhre mit 25 cm pro 28 cm großem Bildschirm. Als Kamera diente eine zweite Kathodenstrahlröhre mit konstanter Helligkeit. Vor dieser befand sich eine Fotozelle, deren Signal zur Modulation der Helligkeit der Empfängerröhre benutzt wurde. Ein Dier oder verschiedene Gegenstände wie eine Schere wurden zwischen Kameraröhre und Fotozelle gehalten. Dessen ausgezeichnete Qualität war von allen mechanischen Ablenkungssystemen unerreicht. So setzte sich dieses Verfahren schließlich 1932-Dreiunddreißigstel durch. Auf der 12. Deutschen Rundfunkausstellung 1935 gab es 20 verschiedene Fernsehapparate zu sehen, von denen bereits 18 elektronisch arbeiteten. Die übrigen beiden mit bewegten Spiegeln. 1938 verschwand schließlich die letzte Nipkopf-Scheibe aus den deutschen Fernsehstudios. Allerdings wurden zur Filmabtastung noch bis ungefähr 1941 mechanische Abtaster verwendet. Heutige Verwendung Raumsonden Eine besondere Form der Nipkopf-Scheibe wird heute in der Raumfahrt verwendet. Zahlreiche Raumsonden verwenden anstelle einer Kamera nur eine einzelne Fotozelle. Durch die Drehung um die eigene Achse wird so eine Bildzeile abgetastet. Da sich die Raumsonde gleichzeitig vorwärts bewegt, kann so ein komplettes Bild übertragen werden. Es handelt sich allerdings hierbei nicht um Fernsehen im eigentlichen Sinne. Da auf die beschriebene Weise ein Endlossbild der Reisestrecke der Sonde übertragen wird, keine Folge bewegter Bilder, Mikroskope. Die Nipkopf-Scheibe wurde neben der Abtastung für Bildübertragungen auch bei der Erfindung des konfokalen Mikroskops von Maumir Petran verwendet. Gerade in den letzten Jahren werden in der konfokalen Mikroskopie vermehrt Mikroskope mit Nipkopf-Scheiben verwendet.